Leistungssteigerung durch Atmung. Wie? Welche? Techniken? Haben wir eigentlich beantwortet? Leistungssteigerung, ja. Es geht einfach um diese CO2-Toleranz. Es geht um mehr Ausatmen. Welche Literatur dazu? Also ich empfehle es nochmal, weil in diesem Buch so viele Literaturempfehlungen drin sind, von James Nestor, Breath. Das muss man kennen. Und das Buch von Brigitte Schmeizel, Der lange Atem. Nasenspülung und so, das haben wir vorhin schon gemacht. Leistungssteigerung, also wir haben es zwar schon gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal. Wenn man ein besseres Atemmuster in Ruhe hat, wird man automatisch auch ein besseres Atemmuster unter Belastung haben, was eine Leistungssteigerung nach sich ziehen wird. Ja, ich habe jetzt eine Frage an euch, denn ich weiß, wie ich das kommuniziere. Die Patienten, Athleten kommen ja sehr speziell deswegen zu mir. Wie kommunizierst du das Thema Atmung? Wie bringst du das an den Mann, an die Frau? Jetzt mal an euch, an die MT, MT, Fitness und Atem Philosophen. Also wir haben ja schon vor dem Podcast kurz drüber geredet. Bei uns startet eigentlich jede Session mit Atemarbeit, mit einer Atemübung. Das heißt, das ist irgendwie Standard bei uns. Das heißt, wir müssen das auch gar nicht so proaktiv vermitteln und den Leuten irgendwie sagen, oh ja, und wir schauen uns jetzt mal deine Atmung an und wir starten jetzt mal mit einer Atmung. Sondern das ist irgendwie halt einfach die erste Übung von der Session. Das heißt, da wird es schon irgendwie vermittelt, ohne dass man ein Riesending draus machen muss. Und was man dann in dieser Atemübung macht und wie man die individuell gestaltet und dann sein Gegenüber anpasst, das ist alles dann super nerdiges, biomechanisches Zeug. Da muss ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und dann das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Einfach einen Cooldown machen und sagen, hey, mach die Augen zu, atme zwei, drei Minuten. Ich sage dann immer so, ich komme nicht dann wecken, so nach zwei, drei Minuten, weil die Leute fahren halt meistens so krass runter, dass sie dann kurz vorm Einpennen sind. Und es sind dann auch so Leute, die vielleicht am Anfang Widerstände hatten gegen dieses Thema. Aber wenn sie das halt mal erleben, wie schnell man nach einer Stunde Training einfach in einen entspannten, regenerativen Zustand zurückkehren kann, dann ist auch der Bayern da. Dann ist auch so, ach so, dieses Atmen ist anscheinend relativ wichtig. Das heißt, durch das Erleben von einem Switch, vom Zustand, da catcht man die Leute, glaube ich, am besten. Nicht, indem man ihnen rational erklärt, warum Atmung so wichtig ist, sondern indem man sie es erleben lässt. Da kriege ich gleich das Bild von dem Begriff, ach, ich brauche endlich mal wieder Urlaub. Ja, dieses Bild Urlaub oder dieses Bild, ich lege mich jetzt nach der Übung hin, wenn man dann diese Atmung so erlebt. Ich würde so weit gehen, dass wir gar nicht in einem Alltag, in einen Zustand kommen dürfen, wo ich das Gefühl habe, ich brauche Urlaub. Bin ich jetzt zu weit? Nein. Wenn wir das schaffen mit unserer Arbeit und mit dem Anstecken von ganz, ganz vielen Leuten, auch gerade, wenn ich mich um Körper, Körperlichkeit kümmere, geht es ja nicht darum, einen rausgeschobenen Brutzkorb zu präsentieren, sondern es geht doch um eine normale Haltung und eine normale Atembewegung, die eben auch keinen Stress im Alltag erzeugt, im Sport- und Bewegungsbereich, genauso wie im Alltag, wenn ich eben meine Zeit so voll habe, dass ich 24 Stunden pro Tag und zwölf in der Nacht brauche. Wenn das so voll ist, dann ist sicherlich auch für Atmung nicht mehr genügend Raum, dann regeneriere ich nicht mehr, weil hier dann nämlich auch noch die Frage steht, wie kann ich meine Regeneration, Heilung durch Atmung optimieren, verbessern, unterstützen. Das ist eigentlich alles eine Wiederholung. Ausatmen, normale Atemmuster sich erarbeiten. Und ich glaube einfach auch ganz fest daran, wenn man wieder ins Ausatmen kommt, dass man auch feststellt, was man alles gar nicht braucht, was man alles gar nicht mehr will, was man sich selbst oder andere einem aufgesetzt haben. Da kommt vielleicht jetzt so der Satz, mal Luft wieder an alles dran lassen. Absolut. Raum schaffen, Raum ermöglichen. Atemräume, allem Raum geben, dem Gegenüber Raum geben. Wenn ich weniger Frequenz habe, guckt euch mal, wenn ich weniger Frequenz habe, weniger Atemfrequenz, habe ich bestimmt auch die entspannteren, was heißt bestimmt, die habe ich, habe ich entspanntere Beta-Wellen, also Gehirnwellen, dann komme ich einfach auch von meiner Gehirnwellenaktivität in ein Weniger. Ich habe weniger obendrauf, weniger on top, weniger Stress. Ich bin besser steuerbar. Ich werde, dann kommen wir in die Biochemie, ich habe nicht so viel Säure im Körper. Und zurück zur Leistung, weil es ist ja hier nicht nur die Benjamin-Blümchen-Geschichte. Leistung, also die, die irgendwie den Kick brauchen, immer nach oben, 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 oben. Euch muss sich erst mal die Basis erschließen, also die Basis muss erst mal erschlossen sein. Und dann kann ich eben dieses Bild vom kleinen Krokodil, das Krokodil, das im Teich schwimmt, wenn ich da bin, wenn ich es schaffe, mich so zu regulieren, weil ich normalerweise so gut schon reguliert bin, kann ich eben mit dieser Range auch spielen, rauf wie runter. Und dann kann ich eben auch zuschlagen, also jetzt im übertragenen Sinne, kann ich eben dann auch die Leistung abrufen, weil ich es viel besser auf den Punkt bringe durch Fokusübungen. Und dann kann ich es viel besser auf den Punkt bringen. Ich sehe auf den Punkt den Punkt draußen Abruf, Wir gehen, Ich sehe.